Was das angeht, habe ich gute Nachrichten für Sie. Schauen wir einmal ganz genau auf die Wetterlage. Herzlich willkommen zum Wetterbericht. Jetzt bringt tiefer Nässe erst einmal kühlere Luftmassen zu uns mit ein paar Regenschauern. Aber die nächste warme Luft, sie steht schon an. Auf dem Atlantik geht sie in Position. Sie wird uns am Wochenende erreichen. Und so sind die Aussichten für das Wochenende sehr angenehm, wohltemperiert. Und vielleicht gibt es sogar wie hier einen schönen Sonnenuntergang von der Elbphilharmonie aus zu sehen. Die Temperaturen in der kommenden Nacht. Sie gehen auf 12 Grad zurück. Es gibt dichte Wolken, ganz vereinzelt. Es sind auch mal Regenschauer unterwegs. Die Temperaturen steigen morgen nicht mehr so hoch wie in den letzten Tagen. Die höchsten Werte werden schon kurz vor Mittag erreicht mit 18 Grad. Da ist noch so ein kleiner Rest Warmluft im Spiel, ehe dann mittags die Kaltfront durchzieht. Und die bringt dann wirklich eine spürbare Abkühlung. Nachmittags drei Grad weniger als um die Mittagszeit. Und dazu weht dann ein frischer Wind. Der Regen ist nur kurz, lässt dann schnell wieder nach. Nachmittags und abends bleibt es meistens trocken. Die kommenden Tage dann eben zunächst wechselhaft, noch nicht allzu mild. Die höchsten Werte am Mittwoch bei 14 Grad. Da gibt es viele Wolken, ab und zu ein paar Regenschauer am Vormittag. Der Donnerstag ist ähnlich bewölkt. Auch da immer wieder mal Regenschauer. Auch der Wind ist noch da. Aber dann gehen die Temperaturen schon wieder nach oben. 19 Grad am Freitag. Der Wind dreht auf Südwest. Und mit dem Südwestwind kommt dann deutlich mildere Luft. Am Samstag ist es freundlich und trocken mit ein paar Schleierwolken und höchsten Temperaturen von 21 Grad. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.